Los, die nächsten beiden! Schneller! Klettert über diese armseligen Balken! Bewegt euch! Und die nächsten beiden! Schneller! Ein bisschen Tempo! Rauf mit euch! Private Joker! Sind Sie ein Killer? Sir! Jawohl! Sir! Ich will Ihren Kriegsschrei hören! Und die nächsten beiden! Los! Wälzen Sie Ihren Fettachs darüber, Private Paula! So ist richtig, Private Paula! Bloß sich nicht mehr anstrengen, da oben raufzukommen auf dieses Scheiß-Sindernis! Wenn Gott Sie da oben hinhaben wollte, dann hätte er Ihren Arsch doch schon längst noch aufgezaubert. Was? Jawohl, Sir! Schieben Sie Ihren fetten Arsch darauf, Paula! Jawohl, Sir! Was zum Teufel ist eigentlich los mit Ihnen? Ich wette, wenn der oben eine Möse angenagelt wäre, dann hätten Sie uns verlängst gezeigt, wie schnell Sie da raufkommen. Dann wären Sie längst oben! Ihr Arsch sieht aus wie 150 Pfund ausgelutschter Kaugummi, Paula. Wissen Sie das? Ja, Sir! Einen für den Kommandierenden! Einen für das Korps! Rauf mit Ihnen! Rauf! Ja, das Korps geht wieder leer aus! Rauf mit Ihnen, Paula! Ziehen! Ziehen, Paula! Ziehen! Einen Klimmzug, Paula! Machen Sie, Paula! Sie fach Scheiß an mich, schau wieder, Paula! Wuchten Sie Ihren Arsch da hoch! Wollen Sie mir damit etwa andeuten, dass Sie keinen einzigen Klimmzug schaffen? Sie sind ein wertloser Haufen! Scheiße, Paula! Hauen Sie bloß ab von hier! Rauf mit Ihnen, Schneewittchen! Immer rauf da, Fettsack! Schneller! Bewegung! Bewegung, Paula! Rauf mit Ihnen! Sie hängen da oben rum wie ein alter Ufer auf der Oma! Haben Sie gehört, Private Paula? Rauf mit Ihnen! Sie sind ein Lahmarsch! Bewegen Sie sich! Um Gottes Willen, Private Paula! Fallen Sie uns bloß nicht runter! Das würde uns glatt das Herz brechen! Schneller! Rauf und drüber! Rauf und drüber! Ja, worauf zum Teufel warten Sie denn noch, Private Paula? Steigen Sie rauf und drüber! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Sie werden mir doch nicht etwa schlapp machen! Oder vielleicht doch! Dann runter, Sie schleimiger, unförmiger, von einem Wal raus geschissener Haufen Scheiße! Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Sonst reiß ich Ihnen die Eier ab, damit Sie nicht den Rest der Welt verfesten! Ich motiviere Sie noch, Private Paula! Und wenn es so lange dauert, dass jedem Kongo-Kandibal darüber der Ständer zusammenfällt! Immer einen Fuß vor den anderen, Paula! Schneller! Bewegung! Haben Sie von Geburt an so ein schleimiger, fett, wanzig Haufen Scheiße, Private Paula? Oder haben Sie sich das erarbeiten müssen? Machen Sie schon! Schneller! Reißen Sie sich zusammen! Der verdammte Krieg wird glatt vorbei sein, bevor wir überhaupt hinkommen, Private Paula! Machen Sie schon! Sie wollen doch wohl nicht abkratzen, Paula, doch nicht hier vor mir! Ja, dann kapieren Sie doch! Bewegung! Schneller! 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 Ist Ihnen vielleicht schon schwindelig? Fühlen Sie sich vielleicht schon schwach? Herr Gott im Himmel, wer sagt's denn? Ich glaub, Sie haben einen Ständer! Nein! Wir haben die Walthxus.